Liebe Studierende, willkommen zur zweiten Frage der dritten Übung zum Thema Induktion. Was hier gefragt ist, ist, wie groß ist die Kraft, die man anwenden muss, um eben diese metallische Schleife mit konstanter Geschwindigkeit V in einem äußeren Magnetfeld zu bewegen. Tatsächlich bei der ersten Fragestellung haben wir eine momentane Leistung schlussendlich berechnet. Das heißt, wir haben gesehen, dass wegen der relativen Bewegung dieser Schleife mit konstanter Geschwindigkeit V in einem äußeren Magnetfeld Energie erzeugt wird, die sich als Joule-Wärme befreit wird. Joule-Wärme als Folge eigentlich des Widerstandes der Schleife selber. So, wenn Wärme wegen dieser relativen Bewegung entsteht, kann man davon ausgehen, dass Arbeit vorher investiert wurde. Und tatsächlich, man braucht eine Art mechanische Arbeit, die man investieren muss, um diese Bewegung zu ermöglichen. Und als Folge der Erhaltungssatz der Energie, diese mechanische Arbeit wandelt sich um in Joule-Wärme, in verlorene Energie bei der Schleife selber. So, hier, wir können erstens die allgemeine Definition der Leistung betrachten. Allgemein definiert, die Leistung ist gleich der zeitlichen Ableitung der Arbeit, der angewendeten Arbeit. Jetzt von einem mechanischen Standpunkt aus, wenn wir von einer mechanischen Arbeit reden, bedeutet eigentlich, dass wir erstens eine Bewegung eines Körpers, in diesem Fall Bewegung der Schleife, mit Hilfe einer Kraft verursacht haben. Und diese Bewegung erfolgt in einem Bezugssystem, in diesem Fall längs der Ortskoordinate X. Das heißt, DW als Arbeitelement ist dann gleich Kraft mal Linienelement und das nochmals geteilt durch Delta T. Das heißt, wir haben eine Kraft F angewendet über eine Länge Delta X. Das definiert somit eine Arbeit, eine mechanische Arbeit, die geleistet wurde. Und diese mechanische Arbeit pro Zeiteinheit definiert auch gleichzeitig die Leistung. Jetzt in diesem spezifischen Fall des Problems, diese Leistung ist die elektrische Momentanleistung, ist auch U mal I. Wobei U ist die induzierte Spannung und I der induzierte Strom. Beide Größe haben wir schon bei der Fragestellung A berechnet, induzierte Spannung und induzierte Strom. Dann können wir in diesem spezifischen Fall dann eine Beziehung berechnen für die angewendete Kraft F, die eben diese Bewegung im äußeren Magnetfeld ermöglichen soll. Um diese Beziehung zu definieren, sollen wir noch genau diese Formel beobachten. Und tatsächlich uns überzeugen von der Tatsache, dass diese Variation der Ortskoordinaten als Funktion der Zeit, das heisst die zeitliche Ableitung der Ortskoordinate, ist nicht anders als die Geschwindigkeit V. Das heisst die Geschwindigkeit, mit welcher meine Schleife schlussendlich als Folge der Kraft F sich bewegt. Und damit können wir die Formel berechnen für die angewendete Kraft F, nämlich Momentanleistung U mal I geteilt durch die Geschwindigkeit V. Mit dieser Übung konnten wir einerseits die Definition der Leistung allgemein rekapitulieren und dann diese spezifisch als elektrische Momentanleistung verknüpfen und konnten wir noch das Konzept der Arbeit, der angewendete Arbeit von einem mechanischen Standpunkt aus diskutieren. Und was dann folgt, ist eine relative einfache mathematische Umformung für die gesuchte Kraft, die man anwenden muss, um eben diese Bewegung der metallischen Schleife in einem äußeren Magnetfeld mit konstanter Geschwindigkeit V zu ermöglichen. Diese angewendete Kraft erzeugt eine Arbeit und diese mechanische Arbeit wird dann in Form von Joule-Wärme umgewandelt. Ich freue mich auf die nächste Übung mit Ihnen.